ich wollte den abknallen zur begrüßung aber ich habe nicht nachgeladen willkommen zurück erstmal wo wir jetzt tolle flintenjäger auf der neuen karte sind und wie krieg ich die muni jetzt hier rein du musst inventar munition ich hab's doch schon ich dachte gerade mein bildschirm das habe ich nicht kommen sie das tut mir leid ich bin doch so im menü wie gerade raus geht auf einmal wird mein bildschirm so extrem hell ich schieße dir mal ins gesicht ich will das sehen ich will meine muni nicht verschwinden ich habe 127 schuss also komm wirst du ja wo auch mal das sieht ja übel aus die ist wirklich laut macht man eigentlich schusslöcher anwenden weil ich feuer einfach mal hier gegen die wand alter der der rollen hört sich auch geil an was das für ein übelster schall ist mal das ding jetzt ein bisschen leiser machen okay was jagen wir irgendwas was langsam ist wäre geil ja mal gucken das ist sogar eine doppelläufige zwar nicht so wie ich die mag aber ich gehe einfach mal in die richtung ich komme einfach mal mit ich hatte Angst dass du mich schauen willst weil ich das gesagt habe mir hat es auch angst gemacht ich weiß nicht woher das kam aber die gegend hier ist richtig schön naja ich bin kurz davon einfach zu heulen ich kann nicht mehr was ist denn heute schon wieder mit uns los man darf uns zwei nichts in die hände geben womit man spaß haben kann wie soll ich dann nach dem pullern abwischen ok bedimm dich mal crazy ja ich habe minderjährige zuschauer wen denn also ob ich jetzt ok alle die minderjährig sind schreibt die crazy man ich schreibe euch die adresse da schickt da meine postkarte oder geht persönlich hin ja kommt rein das ist auch eine tolle brezelbäckerei insiders sind was tolles die waren nicht hier die waren in berlin aber es hat dir zu schön gepasst man oh ne das war so herrlich damals da musst du eigentlich immer durch die nadelbäume rennen sorry ich bin gerade ich habe mir am auge gekratzt also ob du das andere gewehr hast alter du siehst uncool aus nimm die schrotflinte wieder in die hand guck mal bei mir wie cool die ist die hat ne doppellauf aber leider nicht so wie ich es mach sondern so von ne ja ja äh sägt jemand das ist so ein schwarzwedler komm wir laufen da jetzt hin und dann kriegt der voll eine von latz ok um die tannen ach so ja 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 voll durch alter hallo 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 bleib nicht hallo das ist eigentlich hallo 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 die ganze zeit warum schleich der dacht der tanne geht er wieder hoch du hast mit deiner frisur einfach alle nadeln trotzdem mitgerissen läuft der ist ganz nah erst mal ein schleich modus geben wie geil ist gerade aussieht hier die sonne so durch die tanne es ist hübsch richtig schön aus nicht dass es viel jetzt auseinander fliegt wenn wir das damit abknallen das wäre mir egal wo denn direkt voraus richtung osten da liegt das gewehr weg das macht man mit der flinte siehst das geweihe hinten ja ich schleiche mich jetzt einfach nonstop so an es ist weggerannt hinterher ich bin schneller aber sieht es schön aus wir bräuchten jemand biester die wir damit erledigen können was gibt es hier gibt es ja auch sowas wie rinder und die frage nächste frage es ist hängen geblieben es ist hängen geblieben aus nächster nähe wird schwart ab aus nächster nähe hier du bist eine arsch ich wollte gerade sagen geh nicht so nah ran sonst kommt es wieder frei wo ist es denn jetzt hin alter ich wollte gerade abdrücken ich wollte doch wissen wie meine schrotflinte funktioniert was die kacke alter das ding hat mich voll geprankt eine abgetroffen alter das hört sich an gerade eben das hört sich an gerade da hinten ich würde halt gern wissen wie weit man mit der flinte treffen kann gibt es hier irgendwo hier muss es doch eigentlich auch ein schießstand geben oder nicht was war das guck mal nach ja das war so ein so ein weiß wie der schwarz wie das was auch immer ich weiß nicht wo jeder schießstand ist und ob mensch wie soll ich denn das erkennen ich bin entdeckt ich dachte das sieht hier alles bisschen so aus wie auf der anderen karte ein bisschen unterschied ist schon ich habe es gehört gleichen ja renn durch hast du gesagt streich ich weiß wo das ist ich weiß die ganzen blätter kannst du ja nachher alle wieder ankleben hast du was zu tun und machst nichts kaputt was soll ich hier kaputt machen alles ja da muss jetzt aber lange nachdenken na die liste wurde immer länger mit dingen die du kaputt machen kannst wenn man das berechnen wollte ja dann bräuchte man pc mit rechenleistung im exabyte bereich alter das fiege man muss sehr nahe sein hier ich sehe es aber nicht man ich will jetzt was mit meiner flinte abknallen ganz ruhig alles zu seiner zeit was das denn hier für ein cooles zeug kann man das essen ob es in den bergen da hinten diese schwarzbären gibt ich höre einen lappen der rumfeuert als ob du das überlebt hast ja sehr gering leck mich doch bleib sofort stehen ok man ich würde auch so gerne mal das ärgert mich voll dass das viel nicht hängen geblieben war die ganze zeit in dem moment wo ich eine ansage machen will die mein lauf schon an die stirnhalter fängt wird sich an los zu rennen das sah so genial aus nein sah es nicht oh doch alter nein ich schmeiß dich von der whitelist runter welche whitelist ja die oh ein tierruf jetzt pass auf jetzt schleiche ich mich an und knall dem eine für den latz crazy was denn machts bei dir ja aua oh fuck alter echt oh nee äh aber ich hab mir glaub ich grad das genick gebraucht ach naja kein verlust war im freundeskreis man muss ja auch mal ein bisschen glück im leben haben so ein wichser hau abwind keiner mag dich nicht schon weißt du wie langweilig ein waldbrand ohne wind wär ach keine ahnung vom feuer ach das wär sowieso das geilste wenn man in dem spiel den wald einfach anzünden könnte und dann danach einfach alles was verkohlt ist einkassiert genau also ich fände das mega so ich laufe ganz schön ich weiter mein piech hinterher ich weiß halt gar nicht wo meins grad ist komm schon das muss doch verreckt sein alter so eine ladung abbekommen hm hm ah waffe 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 du arsch zu spät ich hasse das waffenwechsel in diesem spiel habe ich das schon mal erwähnt hm 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 ich glaub der ist bei seiner familie petzen gegangen ey ich will jetzt irgendwas abknallen das kann doch nicht euer ernst sein Ah, es ist verendet. Nice. Ich bin hier inzwischen schon irgendwo im tiefsten Wald unterwegs. Hab die Crazy schon fast einen Kilometer hinter mir zurückgelassen. Ich hab dich zurückgelassen. Ich geh jetzt in die Berge und hol mir einen Teddy zum Kuscheln. Was war das? Irgendwo da unten, hm. Willst du echt Bären jagen jetzt? Nee, ich geh hier einfach hin. Ich weiß noch nicht, was hier lebt. Okay. Ihr habt doch keine Ahnung. Ich hoffe ja echt, dass demnächst mal ein paar Updates kommen, wo neue Tiere kommen. Also Fasanen und so. Mit deinem scheiß Fasanen? Was willst du mit deinem scheiß Fasanen dauernd? Weil die Spaß machen zu jagen. Toll. Dann will ich Flamingos. Ja, warte, hör ich. Ich komm gleich. Ich drück immer 3 anstatt E, glaub ich's denn. Da hinten rennt's. An die scheint man ja aber echt ganz schön nah ranzukommen. Die rennt immer voll vor meiner Klappe rum. Was war das? Schon wieder 3 gedrückten fucking Kojote, den krall ich mir jetzt. Mann, ich höre über... Och, ne. Ich kann mich nicht entscheiden, wo ich hingehen soll. Daher sind überall Tierrufe und kriegen tue ich keins. Aber ich gehe auch schon wieder voll in die Windrichtung, Alter. Der Wind, der geht mit mir. Die riechen mich doch alle. Alter, wie viele Tierrufe sind denn hier jetzt auf einmal? Oh ja, komm her, komm her, komm her. Komm, komm, komm. Nicht zurück. Nein, hier, du Sau. Ich zeig dich an. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ich getroffen habe. So, auf die Entfernung und mit diesem unnützen Aim. Gehörst du das? Eigentlich nichts gewesen sein. Also, Futter für die Guts. Futter für die Gutscheidung. Ah. Äh. Oh. Äh, äh, äh. Ich find die blöden Bieste nicht. Oh. Oh, was ist denn das dafür? Ein Elsch, Alter, da hinten. Den will ich mir holen. Die Entfernung kann ich das nur wahrscheinlich vergessen, denke ich. Da ist noch einer. Getroffen? Oh. Nochmal getroffen? Da hinten rennt auch noch ein Koyote mit rum. Ich hab hier einfach mal alles auf einem Fleck. Bär! Stirb, du Qualle! Oh, leu. Ich glaub, ich komm mal zum Tüger. Bleib sofort stehen! Ich hab den Dreimal hart erwischt und ich hab'n Elch zweimal hart erwischt. Rennt hier einfach ein Bär rum, Alter. Einfach so aus dem Nichts, weiß, da kommt hier plötzlich ein Bär lang. Ja, Koyote, Halt's Maul, hinter dir bin ich gar nicht her. Flutspritzer, nicht tödlicher Treffer, Halt's Maul! Aber ist das jetzt der Bär, aber ist das jetzt der Bär oder ist das der Dingens? Das ist der Schwarzbär, okay, dem folge ich. Das ist der Elch hier. Oh, Loll! Die ist ne Herde, von diesen komischen Weichirchen oder so, die kommen direkt in deine Richtung, aber... Ich folg' denen mal, muss ja eh in die Richtung. Ich zieh' mal lieber die Schrotflinte raus hier. Wenn ich einen Bären verfolge, kommt das, glaub' ich, ganz gut. Weil irgendwas sagt mir, wenn ich dem zu nahe komme, dass er sich wehren könnte. Was liegt denn da im Walde? Das ist der Bär, ne? Ja, das ist der Bär. So, Meisterpads, dann mal gucken, was du wert bist, ne? Oh, erst mal 1100 gekriegt. Was hab' ich in der Wicht, den Muskel hab' ich? Hüfte, Kreuz, Steißbein, oh, ich hab' das Steißbein getroffen, das ist ne fiese Stelle. Und den Magen hab' ich erwischt. Kommt da Blei schlucken, der Hund. Gut, da muss ich jetzt eigentlich nur noch meinen angeschossenen... Welcher Waffe hast du mit dem gekippt? Mit dem normalen Gewehr hab' ich drauf gerötzt. Okay. So, und jetzt folgen wir dieser Spur noch. Auf der Suche nach dem Zauber-Elch. Der anscheinend auch hier lang ist. Oh, hier ist ne Blutspür. Jetzt hab' ich bei der Aktion wirklich was getroffen hab', Alter. Ich hab' ne Schwarzbären getötet, ich bin so happy grad. Die Trophäe wollte ich die ganze Zeit haben, seit ich das Spiel hab'. Also von mir aus kann ich jetzt deinstallieren. Das ist ne Kackspiel, ich mag's eh nicht. Oh, wie weit ist denn der blöde Elch gelaufen? Steht da noch was dran? Ach ne, da liegt's schon. Oh, da liegt der Prachtexemplar, hör' mal. Wie der einfach mal brutal aussieht. Wie der guckt, ey. Wo bist denn du grad überhaupt? 800 Meter. Magst du mal zu mir durchsprinten? Ich bin schon auf dem Weg. Ey, ich hab' voll die coolen Köpfe. Oha. Moment. Hab' ich nämlich auch noch was zum Mitnehmen. Oha. 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 Na ja gut, Leute, aber wenn ich so auf die Uhr gucke, es wird jetzt auch Zeit. Wir sehen uns. Macht's gut, habt's ein schönes Leben. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.